Musik Eine bipolare Störung, darunter stelle ich, das erlebe ich am eigenen Körper, dass man durch Geräusche, wenn man mit etwas beschäftigt ist, wenn dann ein anderes Geräusch dazukommt, dass man da irgendwie belastet wird. Musik Das Pferd küre ich und das Pferd führt mich noch am Anfang. Und ja, aber so langsam weiß er, dass ich das Sagen habe. Das muss ich ihm halt nur rüberbringen. Geh? Großer. Die Ruhe, die das Pferd ausstrahlt, die geht auf mich über. Und tut mir einfach gut. Musik 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 Musik